Ich bin 31 Jahre alt, sieben Schutteluxationen hinter mir, drei Operationen mittlerweile. Ich mach weiter. The only thing that's real, the needle tears the hole, the old familiar sting, try to kill it all away, but I remember everything. Ja, erster Tag heute wieder nach langer Pause, wir sind hier in Brunberger Wieg und ein Surfboard aus Papieren. Nochmal gucken, wie's klappt. Ich bin 32 Jahre alt. Untertitelung. BR 2018